Gerade hier auf einer so großen Bühne braucht man gute Kondition. Und eine Persönlichkeit. Das selbstverständlich, aber das haben Sie ja. Natürlich, mehr ist genug. Also wir sind sehr, sehr gespannt und ich freue mich sehr, dass wir wieder ganz, ganz viele Zuschauer hier haben werden. Ich hoffe, es werden keine Taschen hochgehalten diesmal. Und ich freue mich auch, dass wir über den ORF wieder Zehntausende, hoffentlich Hunderttausende Menschen erreichen können. Millionen! Millionen! Auch das? Das macht Sie noch aufgeregter. Verfreude! Ja, das soll ja so sein. Also, wir freuen uns auf eine ganz, ganz interessante Festwocheneröffnung. Und das, was ich einmal mehr für bemerkenswert empfinde, ist, dass wir hier die Genres sprengen. Dass wir unterschiedliche Musikstile sehen und hören werden. Und das macht ja die Festwochen letztendlich aus. Freut Sie das auch? Natürlich, natürlich. Aber ich bin am Wichtigsten. Na, kein Zweifel da. Danke, herzlich. Wir freuen uns auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Tschüss. Danke, herzlich. Danke. Danke. Das war's.